hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren xxl farm folge mit dem tiger farm wo steckst du denn also bin ich noch nicht ich komme direkt über den shop hin so weil geld haben wir jetzt im moment genug und jetzt brauchen wir noch ein paar kühe naja das sitzt auf dem boden wie so ein kleines äffchen so wir hatten glaube ich ausgemacht was wird diese position nehmen ich hoffe mal dass es vom vom der ebene her passt ich kann dir noch wenn ich den absenk haben wir ein problem oder ja ja sehr toll ja haben wir gut gemacht auf jeden fall also so kann man es lassen so ein mist aber auch die straße kann man noch befahren dass ja ja auf jeden fall das geht alles also würde ich jetzt so mal sagen es ist zwar ein bisschen hügelig jetzt nee das ist das ist ganz normal in deutschland vor allem hat die ganze schöne sache jetzt nicht 222 25.000 gekostet sondern 280.000 ja danke war una danke ja mein sitz war absicht oder was nein wir haben gesagt wir sitzen das so da hast du nicht gesehen dass es sogar die straße hängen nee weil das nicht angezeigt wird straße wird nicht angezeigt es wird ja nicht angezeigt dass da noch mehr landschaft ist immer weg da du stehst in dem trigger ding rum so und geschickt ja sagen geschickt was angeschickt und geschickt wenn es trotzdem schon mal kühe kaufen ach ich ach ich ach ich halte sich da hoch hier hier ja hier äh schwarz weiß ne ja milchkühl ja jetzt durch das erstmal weniger geld haben würde ich das schon so sagen also für hunderttausend kühe ja hat nur 8000 für alle gekostet was 8000 für alle Tiere weiß aber wie viele sind das jetzt sind 40 für 100.000 plus 8000 hä was 40 plus 100 plus was was labisch du ey 40 kühe ja 100.000 kosten ja und da drin sind 8000 transportkosten ok dann kauf noch ein paar ok wie viele für 50k ja warum geht das jetzt nicht ach ich bin im falschen ding dann haben wir jetzt 60k na das ist doch schon mal ein Anfang ähm ey warum warum rutscht das Teel immer weg ich ticke gleich aus kurz Pause ich krieg das hier glaube ich nicht hin dass ich hier das wieder auffüllen kann na ist doch egal wenn wenn das jetzt so ist wir müssen ja jetzt nicht viel lang fahren geh doch mal weg da alter schrei mich nicht an doch wenn du dann immer vor der Nase rumrennst und der Triggerpunkt belegt ist dann muss ich nur schreien hätte es lauter schreien müssen ich rutsche mir doch einen Buckel runter jetzt so kompliziert warum hängt es immer und ich kann hier warum kann ich hier jetzt nicht das Ding frei bewegen was soll denn das weiß ich nicht weiß ich nicht soll ich den Weg machen also wo der Sandweg an dem Händler vorbei ja dann gleiche ich das da mal an das sieht so scheiße aus jetzt ich hab gar keinen Bock eigentlich jetzt das so zu lassen geht mir leicht gegen den Strich gegen den Zeiger nee Strich Zeiger Strich das soll ich doch fassen ich mach mal hier hinten noch eine Wendeplatte ja mach so wir sollten auch noch ein bisschen Gras uns organisieren weil die Kühe brauchen natürlich auch noch jetzt schon ein bisschen Futter ja gut dann ja jetzt bin ich nicht mehr da wo ich hin wollte dann hole ich gerade mal ein bisschen Stroh oder nee warte komm ich mehr erst mal weil sonst haben wir kein Futter für die Tiere oder wie weit ist die Silage das ist halt so die Frage die Frage ich geh mal schnell looky looky machen jo äh 60 haben wir jetzt gell Tiere ja okay ich hab die auch verpätet ja 66% weiß nicht ob es sich lohnen wird wenn wir jetzt noch kurz ein Gras äh Dingens machen glaub nicht alles Gute bei dem Milchhof ist ja nach wie vor ihr müsst den nicht sauber machen der reinigt sich sozusagen automatisch der wird gar nicht erst so schmutzig und dann soll das so und das reicht ist die gut die aufbaut? jo passt weil besser geht das nicht angeglichen das geht nicht mehr ähm büm 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 ähm büm büm bitte leck ja deswegen konnte ich gerade nicht haben ähm äh was brauchen wir jetzt noch? ähm lol wir können da Weizen Weizen ist gleich effektiv wie Mischration komm mal hin haben wir Weizen? Stroh brauchen wir ja aber Weizen könnte man theoretisch ein bisschen kaufen ah wobei das lohnt sich auch nicht oh holl ich hm wir sollten warten bis wir die Silage kriegen äh fertig haben da ging jetzt mhm fast 50.000 Liter Wasser rein nice boah reicht aber haarscharf hier hinten zu wenden warte mal warte mal ja warte mal ich hatte ja auch überlegt ob wir hier vielleicht nochmal eine Zufahrt machen ich guck mal ob das geht glaub der Traktor steht am Weg oder? ne kannst ja innen durchfahren wenn die Höhe passt nein ich mein äh dass du das machen kannst ne ne ja moin der Traktor oder wo muss das schon rein? draußen irgendwo oder? ne drin ich glaub in den letzten Trigger ja wow ich pass da nicht runter außer ich war rückwärts aber sonst pass ich runter da ist der Traktor muss da weg ja dann mach mal weg jetzt häng ich hier schon wieder an so einem Mini Pixel jetzt also rückwärts würde gehen aber vorwärts eben nicht mhm vorne ist bisschen zu groß wegen des Spoiler ja aber da kommst du dann nicht rein also ich mein dass es der letzte Trigger im Stall ist ja das zweite ist Futter definitiv da komm ich definitiv dran wenn ich rückwärts reinfahre wenn ich rückwärts reinfahre mhm jup so 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 ja so find ich auch ja ja moin als ob kommst du jetzt doch rein oder was? ne ich bin einfach umge umgekippt weil ich ein Stück an der wow weil ich ein Stück an der Dachrinne an der Seite dagegen gekommen bin eieieiei was machst du denn? ja ich bin umgekippt mit was? mit LKW mit Stroh voller Stroh zum Glück nicht mit Anhänger oh das wird aber schwer da raus zu kommen koppel den Dinger mal ab bzw warte mal ich schieb mal warte bleib so jetzt denkst du selber fest warte oh oh komm auf eine andere Seite wenn du kannst ja ja wie soll ich denn auf die andere Seite jetzt? ja ähm schau auf die oder schieb mich dass ich ordentlich äh dass ich da vorne ordentlich wenn ich da nicht hängen bleibs dann passt jetzt ja mal weiter so ja warte ja 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 schieb dich raus hier warte hoppala moment ja 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 super und jetzt jetzt anstupsen nö jetzt bleibst du da liegen ups ich fahr auch irgendwie grad nen Schrott zusammen oh 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 ich wollte eigentlich nur gucken ob der Weg hier passt warte ich nehm kurz Anlauf nimm mal Anlauf gut ähm bis zur nächsten Folge wird Tigerplan mit Sicherheit widerstehen das auf jeden Fall wir bedanken uns fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lasst gerne ein Like Abo oder Kommentar da und bis morgen tschüss 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 Vielen Dank.